Liebe Annegret Kramp-Karrenbauer, liebe Angela Merkel, liebe Freundinnen und Freunde, ich lade Sie ein, uns heute gemeinsam auf den Weg zu machen. Auf unseren Weg am Beginn dieses Superwahljahres. Ich lade Sie ein, auf unseren Weg am Beginn eines neuen Jahrzehnts. Ja, wir stehen am Beginn dieses Weges in fordernden, extrem fordernden Zeiten. Die Pandemie, die Rezession, all die Krisen der vergangenen Jahre und die Megatrends, Klimawandel, Digitalisierung, Migration, alles das hat das Leben von praktisch allen in unserem Land massiv verändert und verunsichert. In dieser Lage finde ich es klar, was die Menschen von uns erwarten und was sie erwarten können. Wir wollen, Orientierung, Führung, Ideen, den Willen zu gestalten. Und unsere Aufgabe ist es, die Menschen dabei mitzunehmen. Sie dürfen sich nicht alleine und im Stich gelassen fühlen. Wir müssen alles daran setzen, vor die Welle zu kommen, weil das Hinterherlaufen so viel Vertrauen kostet. Liebe Freundinnen und Freunde, es geht also eigentlich nur um eins, nämlich um Zukunftskompetenz. Ich möchte, dass die christlich-demokratische Union Deutschlands die Partei der Zukunftskompetenz wird. Ich möchte, dass wir als Partei der Ort werden, wo die Zukunftsfragen diskutiert werden und wo wir die Antworten finden und den Menschen vermitteln wollen. Wir, liebe Freundinnen und Freunde, das sind die Mitglieder, das sind die Stadtverbände, die Vorstände, die Kreisvorstände, die Landesverbände, es sind Sie, die Delegierten. Wir müssen das tun. Und wir müssen uns klarmachen, was diese außerordentlichen Zeiten, in denen nichts mehr sicher und normal zu sein scheint, bedeuten. Es geht um die Zukunft der CDU. Es geht um die christdemokratische Idee für die Zukunft unseres Landes. Deshalb und dafür kandidiere ich. Ja, die Ausgangsposition ist gut. Wir regieren in Deutschland seit über 15 Jahren erfolgreich. Und wir sind stolz darauf, dass die CDU und Bundeskanzlerin Angela Merkel unser Land gut und sicher durch diese Zeit gebracht hat. Und hieran können und müssen wir anknüpfen und als Partei die Konzepte erarbeiten, mit denen wir dann weiter regieren. Also, wie geht das? Zukunftskompetenz, ganz konkret. Ich bin überzeugt, anfangen müssen wir bei uns selber. Auch wir haben Veränderungsbedarf. Nicht Veränderungen um ihrer Selbstwillen, sondern Veränderungen für ein ganz konkretes Ziel. Wir müssen Volkspartei bleiben und wir bleiben es nur, wenn wir uns verändern. Die Richtung der Veränderung, die kommt aus der Gesellschaft. Wir müssen weiblicher werden. Wir müssen jünger werden. Und wir müssen so digital werden, wie wir es auf diesem tollen Parteitag sind. Volkspartei zu bleiben ist viel mehr als nur unser Interesse, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist unsere demokratische Pflicht für die politische Stabilität Deutschlands. Volkspartei und Partei der Mitte muss man immer wieder neu werden. Und darum gibt es kein Zurück. Und darum reicht der Status Quo nicht. Sondern wir müssen nach vorne. Wir müssen Angebote machen für neue Fragen, für neue Themen, für neue Milieus. Nur wenn wir das machen, werden wir auch in Zukunft gesellschaftliche Mehrheiten gewinnen. Ich traue mir zu und ich glaube, die letzten Monate haben es auch gezeigt, neue Wählerinnen und Wähler für die CDU zu gewinnen. Liebe Freundinnen und Freunde, CDU, das war immer mehr als nur unser Name. CDU ist unser Programm. Es ist zuerst das C. Das christliche Menschenbild mit der Würde jedes einzelnen Menschen, wo er lebt und wann er lebt. Und das ist dann unsere Absage an Nationalismus, an Rassismus, an Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit jeder Art. In Folge des C denken wir in unserer Politik auch immer die mit, die noch nicht geboren sind. Und damit ist unsere Verantwortung beschrieben, wenn es um Ökologie und Klima und Artenvielfalt geht. Aber genauso dürfen wir deshalb keine Schulden machen, die die nächsten Generationen erdrücken. Und wir müssen für die Sicherheit und Verlässlichkeit der Rente sorgen, für die heutigen Rentner und für die jungen Generationen. Ich möchte, dass wir, die CDU, umfassend die Partei der Nachhaltigkeit in Deutschland sind. Wir sind die christlich-demokratische Union. Die Demokratie ist weltweit unter Druck. Wir haben die Bilder aus Washington noch im Kopf oder in den Knochen. Es ist nicht vergleichbar zur Lage in unserem Land. Aber etwas von dem, was den Boden für den antidemokratischen Gewaltausbruch bereitet hat, das gibt es auch bei uns. Politischen Hass, Hassreden, Agitation, das Verächtlichmachen der Institutionen des Staates, das zielt direkt auf unsere Demokratie. Und darum müssen wir diesen Angriffen noch entschiedener entgegentreten. Ich bin für die wehrhafte Demokratie. Ich bin für den Konsens der Demokraten, dass es in den Parlamenten niemals auf die AfD ankommen darf. Den Bemühungen von SPD und Grünen, bei dieser Gelegenheit und dies auszunutzen und zu nutzen, die populistische Linkspartei zu rehabilitieren. Diesen Bemühungen werden wir uns genauso entschieden gegenüberstellen, meine Damen und Herren. Unser Land verdient den Konsens der Demokraten ohne Populisten und ohne Extremisten von rechts und von links. Wir sind die christlich-demokratische Union und Union sein, auch das fängt bei uns an. Wir müssen es zeigen. Und das heißt, Zusammenhalt ist auch für uns das A und O. Erfolg gibt es nur als Mannschaft und mit Mannschaftsgeist. Und weil das so ist, sage ich, ich bin kein Lager. Ich möchte integrieren. Ich kann integrieren. Ich will die gesamte Partei repräsentieren. Ja, ich habe mit meiner Kandidatur für Überraschung gesorgt, aber auch für Wettbewerb. Ich bin für Wettbewerb. Aber genauso klar ist für mich, mit dem heutigen Tag ist der Wettbewerb in der CDU beendet. Es gibt jetzt nur noch Wettbewerb mit den anderen und zwar mit allen anderen. Und unsere Strategie ist es, so stark wie möglich zu werden. Und danach erst reden wir über Koalitionen. Union ist auch unser Anspruch für unser Wirken in der Gesellschaft, in der sozialer Zusammenhalt leider längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und darum sind wir stolz, dass wir die Kommunalpartei in Deutschland sind. Und ich nutze die Gelegenheit, allen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, die sich Tag aus, Tag ein in ihrer Gemeinde, im Kreis, in der Stadt, für das Allgemeinwohl ehrenamtlich engagieren, Danke zu sagen. Wir sind die Partei der Deutschen Einheit. Und darum sind wir die Partei des Zusammenhalts zwischen Ost und West. Wir werden die historische Leistung der Menschen in der DDR niemals vergessen. Wir werden die historische Leistung von Helmut Kohl niemals vergessen. Und darum bleibt der Zusammenhalt von Ost und West auch immer unsere Aufgabe. Und schließlich, wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Gesellschaft auseinanderfällt in die Gewinner der modernen Entwicklungen und in ihre Verlierer. Gerade die Schwächeren, die Schwächer starten, brauchen unsere Förderung. Und es gibt dafür ein Rezept, ein Konzept, das heißt Bildung. Weil es um die Lebens- und Aufstiegschancen der jüngeren Menschen geht. Darum bin ich dafür und werde initiieren, dass wir das Thema Bildung wieder in das Zentrum einer nationalen Debatte führen. Ich will nicht über Kompetenzen von Ländern und Bund reden. Ich will, dass unser Land besser wird. Und, meine Damen und Herren, wir sind die Partei, die das alles ausdrückt. Das sind die christlichen Demokraten. Und noch vieles mehr. Weil so viel auf dem Spiel steht, werden wir gebraucht. Wir werden gebraucht, weil auf uns allein unbedingter Verlass ist, wenn es um Sicherheit geht. Innere Sicherheit, äußere Sicherheit, soziale Sicherheit. Wir werden gebraucht, damit der Zusammenhalt Europas politisch durchgesetzt wird und gewollt wird. Wir werden gebraucht, damit das transatlantische Verhältnis eine neue Chance unter dieser neuen Administration bekommt. Wir werden gebraucht, und wir sind die Einzigen, die klimapolitische Glaubwürdigkeit mit wirtschaftlicher Kompetenz verbinden. Klimaschutz geht nur mit der Wirtschaft. Und eine Partei, die nichts von der Wirtschaft versteht, die nichts vom Handwerk versteht, vom Mittelstand in betrieblicher unternehmerischer Hinsicht, die wird auch für den Klimaschutz nichts erreichen, weil es diese Unternehmen sind, die bauen, die konstruieren, die installieren. Und darum brauchen wir diese Unternehmen. Und die wollen es ja auch. Ich bin damit an einem entscheidenden Punkt. Alle diese Themen sind absolut wichtig. Aber wir werden nur dann Gehör finden für unsere Positionen, wenn wir die Wirtschaft wieder ans Laufen kriegen, meine Damen und Herren. Das ist entscheidend. Und darum müssen jetzt die Hilfen kommen. Sie müssen fließen. Die Brücke muss gebaut werden. Und jetzt müssen wir schon anfangen, die Zeit nach der Pandemie zu planen. Denn wir brauchen wieder wirtschaftliche Dynamik und wirtschaftliches Wachstum. Das entsteht in der Wirtschaft und der Staat setzt die Rahmenbedingungen. Bildung, Ausbildung, Infrastruktur und ich nenne digitale Infrastruktur. Der Netzausbau und die Digitalisierung von Schule und öffentlicher Verhaltung müssen absolute Priorität haben. Wir haben Potenzial. Wir haben eigentlich alles, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Und da müssen wir jetzt rein investieren, ins Wachstum investieren. Und wir werden ehrlich sein. Wir werden sagen, der Wohlstand muss zuerst erarbeitet werden, bevor er verteilt wird. Ich setze dabei auf unsere mittelständischen Unternehmen. Sie sind einzigartig in der Welt, örtlich verwurzelt, familiengeführt in der Regel und hoch wettbewerbsfähig auf den internationalen Märkten. Wer denen jetzt mit der Vermögensteuer droht, hat nichts verstanden vom Mittelstand und auch nichts verstanden von der Situation, in der wir sind. Liebe Freundinnen und Freunde, wir werden gebraucht für dieses Land und Deutschland wird in Europa gebraucht. Und das ist unsere Begründung, warum wir den Wahlsieg wollen. Der Wahlsieg, der ist einfach beschrieben, worin er besteht. Unser Ziel lautet, wir wollen, dass der Kanzlerkandidat der Union der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Gemeinsam. Dann fangen wir an zu gestalten, damit auch dieses Jahrzehnt gut und sicher für die Menschen wird. Wir werden alles geben. Aus Liebe zu unserem Vaterland. Aus Leidenschaft für Europa. Es wird kein Spaziergang werden. Es wird der Wind uns ins Gesicht wehen. Es wird Widerstände geben. Aber wenn es mal ganz hart kommt, liebe Freundinnen und Freunde, dann mache ich Ihnen jetzt schon einen Vorschlag. Dann suchen wir einen Moment der Ruhe. Und dann denken wir an unsere Liebsten. Dann stellen wir uns die Gesichter unserer Kinder vor. Unsere Enkelkinder, unserer Nichten und Neffen. Und dann wissen wir wieder ganz schnell und ganz tief, wofür und für wen wir Politik machen.